Sankt Marien hat das schönste Gebäude, Sankt Ulrich das schönste Geschmeide und Sankt Moritz das schönste Gebäude. So hätte ich sie gerne heute hier in der Moritzkirche am Spieltisch der Sauerorgel begrüßt. Aber nicht alles soll sich in Luft auflösen. Ein paar Töne möchte ich ihnen trotzdem zu Gehör bringen. Viel Vergnügen! Amen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020